ja hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der tera und ja in der letzten folge haben wir gesagt ja muss mal kurz überlegen hier neuen bundes ne ja was ist da meine kleine genau letzte folge hatten wir ja auch noch hierhin festgemacht also kampfgeist stärke haben wir aktiv für drei stunden so dann gehen wir noch mal hin hier zu ranti hallo wie schön dich zu sehen liebling es hat die krisse bitte nicht jetzt nicht mit sie gut hier nicht mit sie gut hier okay von ihr trennen jeder lassen wir meine zeige ich möchte die bündniskarte einsehen bündniskarte genau an dieser stelle schöne grüße von olaf und sie ja wir haben auch noch kein spiel gefunden wo wir jetzt alle drei zu dritt spielen können was uns alle drei gefällt so muss ich ja sagen so was ist das hier schiebsechse die sechse linkern und schie 190 250 weiß gar nicht welche stelle haben wir eigentlich haben wir machen wir da ja komm was geht in glow orchestra schiefer sich die ist vielleicht aufgefallen dass gunnar aus seiner schmiede verschwunden ist er reiste nach glow orchestra schiehe um eine frau zu suchen eine frau er ist verliebt wann ist das denn passiert passiert dass unserem treuen liebestollen schmied nicht aber es hat etwas gutes er bittet dich zu ihm zu stoßen um ihm bei seiner suche zu helfen sorgt dafür dass er sich nicht so peinlich aufführt ich glaube er denkt deine anwesenheit stärkt sein ansehen ich werde nach glow anrufen ja komm gole der verliebte gockel unser schmied in ordnung ich spiele gunners hüterin wenn auch nur damit er in einem stück zurückkehrt sehr großzügig von dir na dann auf nach glow orchestra dort findest du ihn gut so karte zeigen wenn wir gucken wie wie groß das ding ist äh welchen hier ne 220 ok so und wir haben 336 ach ja doch das reicht ja quest haben doch jetzt lange genommen ne sprich mit im westen von globsche mit gunner im westen von vom ihmchen hier ne also muss das ja hier irgendwo sein da ist schon wieder oxenfortsche globsche müssten wir hier hin mit es noch was anderes hier das dichteste wäre ja hier aber haben noch keinen freigeschalten doch hier gibt es auch noch reichtümer nee wir gehen erstmal hier hin gibt sie keinen raub zu hier ist doch schon wieder irgendwas Warte, wenn wir von unseren Heimathapen lossegeln, kommen wir da so einfach hin? Das ist ja die Frage. Dann müssen wir uns hier irgendwas markieren. Das Kloster haben wir schon geplündert. Dann fahren wir die ganze Zeit den Fluss lang? Schade, wir können hier nicht eine schnelle Reise machen. Reiten, das ist glaube ich zu weit. Oder wir machen jetzt mal in der Folge was ruhigeres. Dann müssen wir über den Fluss, dann müssen wir da hin. Rätsel, ne? Komm, wir machen mal das Rätsel. So, rein wie knutschen willst du nicht? Wo ist der denn? So. Warte mal. Verkaufs... Verkauf... Verkaufsladen, wo ist der? Äh... Ja, Trenge Dengar, genau. Hä, wo war denn der jetzt? Huh, schon wieder alles vergessen hier? Trenge Dengar oder was? Hm... Hä, hier war zum Sammeln. Öh... Hier, ne? Aber sieht aus wie ein Fächer, ne? Äh, ja. Müsste alles voll sein genau. Ziemlich schmackhaft. Völlig schmackhaft. Völlig schmackhaft? Oh, können wir mit dem Basschen reden? Echt? Oder wer ist das hier? Ein sächsischer Edelmann. Weit weg von zu Hause. Äh, wer denn? Können wir nicht mit dir reden? Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurück trägt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Ah, schön. So, okay, das war aber auch, ne? Ach, ja, gut. Wer ist er hier? Lass uns zusammen schwitzen, zusammen bluten und zusammen siegen. Anheuern. Oh, sieht aber gut aus. Das Kostüm bei der Einheit. Na komm, hau mir nur mal ein. Folge mir. Zusammen stoßen wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Immun. Die Zerstörer hier. Ja. Ah, da sind alles, wo man hier jetzt einteilen kann, ne? Da hört es nicht so. Hallo. Ja. Ruf mal den Lomenschwikinger. Ich will meine Mannschaft verwalten. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Ach so, okay. Pjö, Plünderer, Plünderer. Plünderer? Das sind alle, die wir haben, ne? Oder was? Ach, das sind hier die... Der Community. Alles klar. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Nicht wirklich. So. 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 Na gut. Ist eigentlich egal. Nehmen wir mal den hier. Müssten wir jetzt für jeden Einzelnen oder was? Echt? Echt? Ob die was bringen, weiß ich nicht. So. Den haben wir geändert, ne? Den haben wir geändert, ne? So. Nehmen wir mal alle Fälle. Nehmen wir mal alle Fälle. Von der Community mal austauschen. Snowy Crow. Genau. Das war der, den wir gerade gesehen hatten, ne? Ja. So. Die Spacko brauchen wir nicht. Die haben wir doch schon, oder? Hä? Oder geht der nicht mehr? Warte mal. Ah. Komm! Plüngere, plüngere. So. Schauen wir mal. So. Haben wir jetzt überall? Ach komm' dann. Du bist versorgt? Ja, ja. Wir sehen uns bald wieder. Was steht eher darum? Bassem, hast du in letzter Zeit mit Sigurd geredet? Wir sprechen hin und wieder. Warum? Ist dir eine Veränderung an ihm aufgefallen? Ein Verlust an Lebensfreude oder Gefühl? Er erscheint mir Gedankenverlorener. In sich gekehrt. Gedankenverloren? Das ist eher untertrieben. Er spricht gerade so, als ob ihm die Götter ins Ohr flüstern würden. Wir leben in seltsamen Zeiten, Evo. Unter seltsamen Leuten. Sigurd mag zu den Gesegneten gehören, aber wir können es nicht sicher sagen. Allerdings. Allerdings. So. Äh... Darüber? Oh. Das ist ja über das Fluss, ne? Über den Fluss, drüber. Na, da. Ah. Ähm. Äh, wie weit ist denn da? Ach ja, komm. Mal sehen, ob wir so einfach hinkommen. Ob wir das noch schaffen, in dieser Folge, von der Zeit her? Hm. Ich weiß ja nicht, Anidas. Da wollen wir. Hä? Ah! Ah! weiter gehts weiter gehts weiter gehts wohnen mal sehen was da für ein rätsel ist ja das rätsel machen wir jetzt noch egal wie lange die folge wird würde ich sagen alle weg verdammt alle weg brauchst hilfe oder was erhebt die gräber aus das ist gar nicht hübsch ich kann nicht mal weinen warum fluchst du wikinger das hier ist die asche der letzten männer meiner mannschaft sie sind alle gefallen ein schwerer verlust das ist noch nicht alles gerade erst erreichte mich kunde aus nordwege meine familie wurde von der seuche dahin gerafft allesamt wikinger meine frau meine kinder alle die mir lieb sind das ist zu viel du musst deinen verlust betrauern guter freund ich kann nicht weinen als plünderer habe ich mir verboten kannst du kannst du mir vielleicht erlauben zu weinen was meinst du damit na klar du bist auch wikingerin wenn du mir die erlaubnis gäbest könnte ich die erde mit einem tränensturm wässern um den schmerz zu lindern ich gebe dir die erlaubnis ja betrachte mich als deine anführerin und als solche befehle ich dir weine wikinger weine das hilft nicht ich kann nicht es geht nicht oh gatter okay geht doch also wirst du noch mal zu einladen erster brief stehn ich schreibe dir in tiefer traue deine frau und deine sühne sind vor ein paar wochen krank geworden das dorf betete zu ihr auf dass sie ihnen ihre stärke zurückgeben die meine freund ich lasse dich in frieden aber jeden tag wurden ihre wangen lassen und das schweiß drängt ihre kleidung sie starben an tors tagen nur die kleine hülger blieb verschont wir hoffen sie retten zu können aha so der ja deswegen ist er so traurig hier warte das war die geschichte zu dem wäldereignis okay ja 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 schwere trauer wir gucken mal hier rein aber hier scheint nichts zu sein ne außer nahrung vielleicht noch mal ein brief zweiter brief von stehns nachbar stehns schlimme neuigkeiten die seuche hat hilger dahin gerafft alle gebete an er wurden nicht erhöht die kleine ist tot oh die kleine tochter ist auch gestorben aha ok ja ja dann soll er mal trauern warte ich schau mal hier auf wir haben ja noch das weiße ist der artefakt liegt ja auf dem weg um da hin zu kommen dann machen wir hier hin und dann genau das machen wir in der nächsten folge ich würde sagen hier hören wir auf ich bedanke mich für das einschleiten fürs zuschauen ich will ja auch nicht in überlänge wieder gehen länger als 20 minuten dann sage ich mal bis zum nächsten mal bleibt gesund oh komm wir kämpfen auch ein bisschen da ging aber schnell ja lasst ein like da wenn es euch gefallen hat auch wenn es nicht so viel action war ne denn gleich mal bis zum nächsten mal euer Terra tschaui tsch tsch tsch